Hallo und herzlich willkommen zu unserer Fragestunde. Ich bin Ilja Zaragatzky und neben mir sitzt jemand, der keiner weiteren Einführung bedarf, aber dennoch eine bekommt und zwar Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Jan, hallo. Es ist mir eine Freude hier zu sein. Ja, du bist nicht nur einer der stärksten Spieler derzeit in Deutschland, sondern auch allgemein allwissend und zu deinen Erfolgen zählt unter anderem auch zum Beispiel die deutsche U12-Mannschaftsmeisterschaft im Jahre 1991. Einer der größten Erfolge, wo du am zweiten Brett, glaube ich, mit 6,5 aus 7 sogar auch einen Brettpreis gewonnen hast. Also sehr hohe Schachprominenz hier neben mir sitzen, die jetzt eure Fragen gleich beantworten wird. Ihr hattet ja die Möglichkeit, Fragen zu posten an Jan, die werde ich gleich vorlesen, denn vorlesen ist nicht Jan Stettenhain. Natürlich nicht, aber ich werde so ein bisschen versuchen, das Ganze zu moderieren und Jan wird die Fragen mit all seiner Expertise beantworten. In welchen Gebieten kennst du dich besonders aus? Ich hatte es auf Facebook schon angekündigt. Ich habe fünf Spezialgebiete. Basketball, TV-Serien, Schacheröffnungen, Krawatten und Gangster-Rap war es, glaube ich. Okay, also vier Spezial. Fünf. Ja, Krawatten, da können wir jetzt drüber diskutieren. Okay, und hast du dich auch ein bisschen vorbereitet? Ich habe die Fragen gelesen, über einige kurz nachgedacht, dann habe ich wieder vergessen, was ich nachgedacht hatte. Und auf die Schachfragen habe ich mich sogar vorbereitet und meine alten Dateien hier rausgesucht. Also das wäre schon alles. Sehr gut, dann lass uns doch einfach mal mit den ersten Fragen anfangen. Dazu öffnen wir mal hier noch ein anderes Fenster und beamen uns zur Seite. Und da ist auch schon die erste. Hallo Jan von Let's Beast, Schachfreund Christoph F. aus Deutschland. Mit der Frage Hallo Jan, erstmal ein großes Lob für deine Videoserie und den Damen C2 Nimmts zu Inder. Ich spiele die Variante selbst überaus gerne und konnte darin sehr viel Neues entdecken, auch über die kurze Erwähnung unserer Banta Blitz-Party habe ich mich sehr gefreut. Und ich finde es gut, wie du dich mit Krawatten beim Blitzen selbst handicapst. Blitzen und sprechen. Da wären wir bei dem Thema. Aber genug Lobhudelei, ich hätte ein paar Nicht-Schach-Fragen an dich. Und jetzt kommen auch tatsächlich endlich die Fragen. Frage 1. Wenn es beim Schach eine Einlaufmusik ähnlich wie beim Boxen gäbe, was wäre deine Wahl? Schon eine schwere Frage. Ich hatte jetzt eine Phase, wo ich vor jeder Schach-Partie, die ich gespielt habe, Anti-Up von M.O.P. gehört habe. Das ist ein Hip-Hop-Stück. Ein bisschen aggressiver im Grundton, was nicht so wirklich zu meinem Schach passt. Aber ich fand es immer eine gute Einstimmung. Ansonsten, irgendwann habe ich gleich mal zwei Partien verloren, damit er mich gewechselt auf Monster von Kanye West. Auch ein sehr schönes Lied. Ich müsste zwischen diesen beiden wählen. Wahrscheinlich Monster Kanye West, die Muppets-Version. Okay, damit wäre die erste Frage beantwortet. Aber es sind ja drei. Was ist dein Lieblings-Sitcom? Uff, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob man es als Sitcom werten kann. Aber Curb Your Enthusiasm. In Deutschland, glaube ich, nicht so bekannt. Lief ganz kurz im Fernsehen als Lasses Larry. In der Übersetzung wahrscheinlich nicht so gut. Von dem Schreiber von Seinfeld, der sich selbst spielt, aber die Soziopathen-Version von sich selbst. Ist extrem lustig. Ich habe alle neun Staffeln mehrfach studiert und lache mich jedes Mal wieder tot. Ansonsten gucke ich auch viel, was so jeder guckt. Big Bang Theory finde ich nach wie vor witzig. Parks and Recreation ist lustig. Neue Serie, Brooklyn Nine-Nine. Die recht lustig ist. Ja, ich bin da ziemlich Mainstream, aber Curb Your Enthusiasm ist nach wie vor ganz weit vorne. Das ist deine Lieblings-Serie tatsächlich? Sitcom. Sitcom, achso. Ah, wir reden von Sitcom. Ich höre ja zu bei den Fragen, nicht wie der Vorleser. Was ist da die genaue Definition eigentlich? Ja, ich befürchte, Curb Your Enthusiasm ist nicht wirklich eine Sitcom. Ist zwar Comedy, aber sie sitzen nicht. Ich glaube technisches Sitcom, drei Kameras in einem Raum, ein Großteil der Handlung. Also so schrecklich nette Familie. Und eingespieltes Gelächter. Muss nicht sein. Manchmal vor Live Publikum, manchmal eingespieltes Gelächter. Ja, ich glaube ja. Ja, das wusste ich gar nicht von dir. Und Curb Your Enthusiasm ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsserien. Oh! Ich habe auch alle neun Staffeln gesehen, noch gar nicht vor allzu langer Zeit. Es ist tatsächlich eine Weltklasse. Es ist acht oder neun, ich überlege gerade. Es gab eine neunte, ne? Ich weiß nicht genau, acht oder neun. Aber sehr, sehr stark. Auf Englisch natürlich. Respekt an deinem Geschmack. Gleichfalls, gleichfalls. Eine davon, die du genannt hattest. Sag nochmal, welche waren es? Schon wieder vergessen. Davon müssen wir jetzt jede Frage zweimal beantworten, damit du dir auch die Antworten merken kannst. Das habe ich gesagt. Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation. Parks and Recreation, auch große Empfehlung von mir. In der Tat. Eine sehr, sehr starke Weltklasse. Auch eine der Lieblingsserien von Max, unserem anderen Autor. Aber okay, ich lasse dich wieder eine Frage beantworten, bevor ich wieder zu viel klappere. Hast du deine Poker-Karriere ganz an den Nagel gehängt oder spielst du noch ab und zu? Nein, das ist lange her. Ich glaube seit 2008 bin ich da gar nicht mehr aktiv. Ein-, zweimal habe ich vielleicht noch im Casino gespielt. Meistens relativ erfolglos, was mich dann auch nicht zurücktreibt. Hier in Hamburg? Casino? Ne, ich bin ja in Gibraltar wohnhaft, da gehe ich noch ab und zu hin, aber die Einheimischen da sind tückisch. Ne, mit Poker habe ich gar nichts mehr am Mut seit langer Zeit schon. Okay, und das waren die Fragen von Schachfreund Let's Beast. Danke auf jeden Fall für die Fragen. Ein paar interessante dabei. Sehr guter Username auch, finde ich. Let's Beast. Ja, Anspielung auf Let's Beat vielleicht? Weiß ich nicht. Lass uns, Beast. Okay, und hier haben wir die nächste Frage und zwar von einem Großmeister aus dem Jahre 2024. Das ist vielleicht ein zukünftiger Großmeister. Vielleicht. Oder eine Großmeisterin, Annemarie Mönch. Es verbirgt sich dahinter eine junge Dame und die möchte wissen, hallo Jan, das möchte sie noch nicht wissen, aber sie möchte wissen, hier ein paar Fragen an dich. Wie lange spielst du schon Schach? Das ist die erste. Ist schwer zu sagen. Ich hatte eine schwere Kindheit, wie wir uns vorstellen können, in der ich einige Zeit auf dem Segelschiff verbracht habe. Als ich, glaube ich, sechs Jahre alt war, sind wir losgesegelt und dann, als ich neun war, haben wir uns in Spanien niedergelassen. Auf dem Schiff habe ich, glaube ich, die Regeln gelernt. Dann in Spanien habe ich so ein bisschen gespielt, aber nicht richtig, war auch ein kleines Dorf, da gab es nicht so viel Betrieb. Als ich elf war, sind wir wieder nach Deutschland zurückgekommen und da habe ich mich dem Hamburger Schachklub angeschlossen. Konnte aber schon ein bisschen spielen, daher auch der deutsche Jugendmannschaftsmeistertitel U12. Aber dann ging es so richtig los in Hamburg eigentlich. Und wie lange ist das? Ich bin jetzt 35, also schon eine Weile, so 25, 26, 27 Jahre. Zeit vergeht. Ja, das ist ein ganz schönes Stück. Fast so lange, wie ich auf der Welt bin, aber nicht ganz so lange, weil ich doch auch schon alt bin. In der Tat. Was ist deine Lieblingsfernsehserie? Die Frage befürchte ich fast, wird noch häufiger kommen. Ja, ist auch ein wichtiges Thema und ja auch eines meiner Spezialgebiete, machen wir uns nichts vor. Lieblingsfernsehserie ist jetzt ja nicht nur Sitcoms. Ich muss sagen, Kirby Enthusiasm ist auch genreübergreifend weit vorne bei mir, weil ich es immer wieder gerne gucke. Aber The Wire halte ich für die beste Fernsehserie aller Zeiten, ist auf allen Ebenen grandios. Immer noch aktuell, auch wenn es zehn Jahre alt ist, kann man immer gucken, sollte jeder gesehen haben. Es bildet auch The Wire und gleichzeitig schafft es es so zu unterhalten wie sonst eigentlich nur ein Ilja Zaragatzky Video. Also dieser Spagat zwischen Entertainment und Bildung und Produktionsniveau hat glaube ich sonst keine Serie geschafft. Game of Thrones, bin ich auch großer Fan, läuft ja nach wie vor, deshalb kann man glaube ich noch nicht abschließend darüber urteilen. Ja, ich glaube das wären meine beiden Favoriten zusammen mit Kirby Enthusiasm. Okay. Und als letzte Frage von UserGM2024. Wenn du dir einen Partner bei einem Tandem-Turnier aussuchen könntest, wen würdest du nehmen? Jetzt schon mal vielen Dank für das Beantworten meiner Fragen. Wir spielen in Gibraltar relativ viel Tandem. Ich spiele immer mit meinem Mitbewohner, zu dem kommen wir später, Herr KTU. Wir verlieren allerdings meistens, also würde ich ihn wahrscheinlich nicht nehmen. Ich glaube der beste Tandem-Spieler der Welt, der auch nicht aus recht zuverlässiger Quelle weiß, einige Jahre lang, das stundenlang im Internet gespielt hat, ist niemand anders als Levon Aronian. Und das wäre auch meine Wahl. Wow, das hätte ich auch nicht gewusst. Würdest du das vielleicht sogar als Trainingsmethode empfehlen, um auf Platz zwei der Weltrangliste vorzuklettern, ultimativ? Ich weiß nicht, ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Einerseits glaube ich, es erweitert den Horizont und fördert Kreativität. Andererseits gewöhnt man sich auch an gewisse Muster, die im normalen Schach nicht so viel Sinn machen, wenn man keine Einwechselfiguren hat. Deshalb war ich grundsätzlich nie so ein Riesenfreund davon jetzt, das zu Trainingszwecken zu benutzen. Andererseits macht es Spaß und das kann ja auch nicht schaden, wenn es dazu führt, dass man sich mehr mit Schach auseinandersetzt, weil man halt Tandem spielt. Ja, ich glaube es trägt durchaus dazu bei, dass man so die Zusammenarbeit, die Koordination der Figuren lernt und das kann man natürlich auch in einer richtigen Schachpartie gebrauchen. So, hier mal wieder eine längere Frage, leider aber nicht von einem Premium-User. Die Voraussetzung war, dass man Premium-User sein musste, um Jan eine Frage zu stellen. Zwar auch einige interessante Fragen hier drin, aber wir müssen leider strikt bleiben, denn unsere Aufnahmezeit ist auch begrenzt. Und zur nächsten Frage weiter von Spieler oder User Clash. Hallo Jan, zwei Fragen an einen ausgewiesenen Eröffnungsexperten. Erstens, in deinen Kommentaren kommt die französische Verteidigung zuweilen schlecht weg. Warum? Das würde ich auch gerne wissen. Nein, ich halte die französische Verteidigung nicht für eine schlechte Eröffnung. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, mein erster Trainer, als ich damals in den Hamburger Schachclub kam, so mit elf Jahren ungefähr war das, war Herr Vincent Kolanoske, der mittlerweile leider verstorben ist. Und ich habe ihm versprochen tatsächlich, dass ich niemals die französische Verteidigung spielen werde. Er war ein großer Feind der französischen Verteidigung, hat immer allen Kindern beigebracht, wie man mit dritten Sprenger D2 die Franzosen auseinander nimmt. Und da ich so aufgewachsen bin und dieses Versprechen abgegeben habe, muss ich mich natürlich daran halten. Aber grundsätzlich halte ich französisch für eine interessante Wahl, was zu komplizierten Stellungsbildern führt. Ich halte es objektiv jetzt nicht für so solide wie E5 oder auch C5, aber es ist durchaus eine spielbare, kämpferische Eröffnung, die allerdings recht schwer zu verstehen ist für mich. Du bist natürlich ein ehrbarer Ehrenmann in dem Sinne, dass du das Versprechen weiterhin hältst, auch über den Tod hinaus. Aber auf der anderen Seite verpasst du was. Französisch ist meistens mein Mittel der Wahl, um gegen E4 zu retournieren. Und ich habe Spaß an dieser Eröffnung, ich finde sie schön. Deswegen spiele ich es ja auch mit Schwarz, weil ich mit Weiß nicht weiß, was man dagegen macht. Springer D2 sicherlich nicht die Widerlegung. Wir können uns alle unsere eigene Realität bauen und auch ohne Französisch habe ich da noch genug neue Felder zu erkunden. Gut. Zweite Frage. Im Karl Schachmagazin hast du in einem Porträt vor Jahren einmal die verzögerte Abtauschvariante gegen den klassischen Königsinder, erst nach Springer C6 nimmt Weiß auf E5, um dann Läufer E3-Folgen zu lassen, als Jugendsünde deinerseits vorgestellt. Hat sich an deiner damaligen skeptischen Einschätzung gegenüber der Gustavsson U20-Variante etwas geändert? Was missfällt dir an den Hauptvarianten im Königsinder und besten Dank und besten Gruß? Ne, das ist eine Variante, die ich wirklich sehr viel gespielt habe, so in der Zeit von 17 bis 20 ungefähr, auch mit ziemlich guten Ergebnissen. Wir haben da sogar was vorbereitet, können wir da kurz hinschalten zu dem Schachbrett oder macht uns das technische Probleme? Ja, wir können das machen, aber es gibt glaube ich zwei inhaltliche Schachfragen und lass uns die doch einfach am Ende nochmal aufgreifen. Alles klar, dann schieben wir die zurück und wir widmen uns später Königsindisch meinem großen Erzfeind. Also wir kommen auf jeden Fall auf diese Frage zurück, es sei denn wir vergessen das, aber ich bin da relativ zuversichtlich, so alt sind wir noch nicht. Und bewegen uns weiter entlang der Fragen und als nächstes der User Bert59. Doppel T. Bertolt Riering aus Deutschland. Meine Fragen zur Schachpsychologie. Ein immer sehr interessantes Thema. Spielt man unter Druck, Mannschaftskampf, wichtige Partie, besser oder schlechter, als wenn man die Partien ganz locker nimmt? Wenn die Antwort lautet, dass es auf den jeweiligen Spieler ankommt, wahrscheinlich würde das deine Antwort gewesen sein. Wie ist es bei dir und wie ist es bei erfolgreichen Spielern? Wie viel Druck sollte man abbauen oder vermeiden? Erstmal die versteckte Beleidigung selbstverständlich wahrgenommen. Wie ist es bei dir und wie ist es bei erfolgreichen Spielern? Ja, 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 ja. Sollen wir den User jetzt runterschmeißen von der Plattform oder nach dem Video? Ja, ich denke, das geht schon zu weit. Nee, aber ernsthaft, die Mischung macht es wie üblich. Bei mir ist es so, wenn ich im entspannt und lockeren Modus bin, glaube ich, dass ich zwar besser spiele, weil ich mir weniger Druck mache, aber ich bereite mich schlechter vor, weil ich mir auch da weniger Druck mache. Und wenn man jetzt so ein Urlaubsturnier spielt wie, was auch immer, Thailand Open oder Barcelona oder was ich zuletzt so gespielt habe, ist dann häufig nicht so der unendliche Profi-Rhythmus mit früh ins Bett gehen, abends schon mal Partien des Gegners gucken, dann tagsvormittags noch zwei, drei Stunden sich vorbereiten. Es hat Vor- und Nachteile. Man ist entspannter für die Partie, macht sich eben auch weniger Stress und Druck, der ja nicht immer förderlich ist. Aber es hat, ich glaube, bei mir überwiegend die Nachteile, wenn ich es nicht ernst genug nehme und mich konzentriere. Also ich hatte immer, ja, Psychologie oder allgemein nervliche Verfassung ist nicht meine größte Stärke. Deshalb habe ich immer die Leute bewundert, die eigentlich so beides schaffen. Die es einerseits locker nehmen am Brett und irgendwie vor der Partie rumscherzen, aber trotzdem ihre Vorbereitung und alles drumherum sehr, sehr ernst nehmen, aber sich dann nicht verrückt machen. Ist schwer zu sagen. Ich habe immer durch meine Nervosität das kompensiert, dadurch, dass ich sehr viel gearbeitet habe. Und ich weiß nicht, wenn ich das wegfallen lasse, ob das locker, leicht nehmen mir so viel helfen würde. Aber macht auch Spaß und bisher haben die Ergebnisse nicht unendlich gelitten. Also am besten würde man das Beste aus beiden Welten miteinander kombinieren und die beiden Nachteile weglassen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Ja, Menschen sind verschieden. Fast kaum jemand hat das komplette Paket. Die, die es locker leicht nehmen, sind dann selten die besessenen Arbeiter und andersrum. Deshalb ist es nicht einfach. Aber im Optimalfall würde man sich anständig vorbereiten, wahrscheinlich auf eine Schachpartie. Rechtzeitig sich gegen den Gegner vorbereiten, die Partien sich angucken, auch mit der richtigen Einstellung reingehen. Dann aber doch nicht sein Leben davon abhängig machen, wie die Partie ausgeht. Das sollte man, glaube ich, sowieso nicht. Leichter gesagt als getan. Und dann auch versuchen, einfach die Partie zu genießen und versuchen, die Wahrheit über diese Partie am Brett rauszufinden und seinen Gegner dann ultimativ auch zu schlagen. Die Wahrheit über die Partie sollte man, glaube ich, nicht versuchen, am Brett rauszufinden. Dann überlegt man zu lange. Dann geht man wahrscheinlich auf Zeit. Bei mir ist noch wichtig, auch eine Schwäche, die ich immer hatte, dass man während der Partie nicht ans Ergebnis denken sollte, sondern an den nächsten Zug. Das klingt ziemlich banal, ist aber nicht so leicht. Aber das ist, glaube ich, noch ein sehr entscheidender Punkt. Wenn ich das im Griff hatte, wenn ich einfach nur versucht habe, Züge zu machen, lief es bei mir immer besser, als wenn ich überlegt habe, okay, den muss ich jetzt schlagen, weil ich habe weiß und 100 Punkte mehr. Oder, oh, hier habe ich 30 Punkte weniger, da ist Remis in Ordnung. Und sollte ich irgendwann Remis anbieten, ich schätze auch ganz gut. Das sind so Gedanken, die sehr schädlich sind einfach, die auch mit dem Faktor kommen, dass man sich zu viel Druck macht. Also, um es mit den Ärzten zu sagen, du bist immer dann am besten, wenn es dir eigentlich egal ist. Nicht ganz, aber... Ne, ich bin immer dann am besten, wenn ich gut vorbereitet bin. Und du es dann nicht zu streng mit dir nimmst. Okay, jetzt haben wir diese Frage ziemlich ausführlich beantwortet, vor allem du. Wo waren wir hier? Wie viel Druck sollte man abbauen oder vermeiden? Okay, dann kommen wir zum hartnäckigen Christian Bench, dessen Effort wir auf jeden Fall auch schätzen, aber trotzdem leider diese Frage wieder überspringen müssen, weil er noch kein Premium-User ist. Und kommen zu Schachspieler, einer der Stammkunden hier bei uns auf der Seite, wenn es die Kommentare anbetrifft und seine Fragen an dich. Bist du endlich nicht drauf? Bin ich gespannt. Ich muss dich enttäuschen, Schachspieler, ich bin immer noch nikotinabhängig leider. Und das Erste, was du nach dem Video machen wirst, natürlich... Was ich während des Videos mache, das wird gleich zusammengeschnitten hier zwischen meinen Rauchpausen. Okay. Wann gibst du endlich bei meinem Verein Gautinger SC ein Simultan? Gautinger SC? Gauting, soweit ich weiß, ein wohlhabender Vorort von München. Ist jetzt nicht direkt um die Ecke von Hamburg. Was schlagen wir vor? Wenn 30 Premium-Mitglieder vom Gautinger SC sich angemeldet haben auf der Seite, dann komme ich vorbei. Sehr gut. Und dritte Frage. Bist du bei der kommenden WM Kommentator für Deutsch, Englisch oder Spanisch? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Einiges hinter den Kulissen hier. Ilja Zaragatzky organisiert die deutsche WM-Show. Ob ich da gebucht werde? Steht natürlich noch in den Sternen. Es kommt drauf an, wie du dich heute in der Show beweist. Okay, okay. Dann lass mir zu viel Druck jetzt. Auch eine, dann bist du entspannter. Alles klar. Ich weiß wirklich noch nicht. Ich hoffe, ich werde mich irgendwo involvieren. Spanisch wahrscheinlich nicht, weil mein Spanisch zwar passabel ist, um mich zu verständigen, aber nicht gut genug, um eine Show zu machen. Aber ich finde mich nicht so unterhaltsam auf Spanisch, weil mein Wortschatz doch eher begrenzt ist. Okay. Und dann hätten wir noch Frage 4. Wann zeigst du Klaus Bischof, wie man richtig moderiert? Oh, Schachspieler wieder am provozieren hier. Ich mag, wie Klaus Bischof moderiert. Ist ja lange Jahre dabei. Er hat seinen eigenen Stil verwendet. Nina Enjin hat viele Anekdoten viel gesehen über die Jahre. Ich habe da wenig gegen, aber es hat natürlich jeder seinen eigenen Ansatz. Klaus Bischof weiß wahrscheinlich auch einfach weniger über Fernsehserien als ich, die ja einen großen Teil meiner Moderation stets füllen. Großer Nachteil für ihn. Aber ernsthaft lassen wir diesen politisch korrekten Quatsch. Ich habe mich ja zuletzt sehr viel mit Gangsterrap beschäftigt und ich denke Chess24, wir brauchen mehr Beef mit anderen Seiten, Kommentatoren. Also finde ich es gut, dass wir hier gleich mit Klaus Bischof anfangen, der natürlich wirklich unterirdisch ist. Und daher würde ich sagen, machen wir ihn platt. Okay. Nur Spaß, Klaus. Schönen Gruß. Ja, wir bleiben natürlich diplomatisch. Klaus Bischof macht seine Sache super, aber es ist am Ende eine Geschmacksfrage. Nein, ich bin natürlich schon der Beste. Nach... Nein. Ähm, Fragen an Ilja. Wo? Sehe ich nicht. Weiter geht's. Fragen an Ilja. Oh. Da, tatsächlich. Oh, Frage 1, lieber Ilja. Bist du nun mit Anna Endres zusammen oder nicht? Nein, bin ich nicht. Bist du mit ihr zusammen? Nein, ich kenne Anna Endres gar nicht, aber ich habe eure Videos natürlich gesehen hier zur Schule und schien eine sehr sympathische junge Dame zu sein. Ja, Anna ist ein nettes Mädchen. Aber, ähm, lieber Schachspieler, lieber Benni, du hast noch alle Chancen bei ihr. Ähm, sie ist, ja, zumindest nicht mit mir zusammen. Weitere Auskünfte möchte ich hier nicht geben. Ähm, damit wäre die Frage beantwortet. Okay, das ist schon mal sehr lehrreich. Haben Chessbase DVDs einen grünen Punkt? Verstehe ich nicht, die Frage? Ähm, verstehe ich auch nicht sofort auf den ersten Blick, aber ich finde es gut, dass sich jemand Sorgen macht, Gedanken macht um unsere Umwelt in einer Zeit, wo das sehr wichtig ist. Also recyceln, sehr wichtig. Auch, ähm, wir sind große Freunde des Recyclens. Aber, ähm, was damit impliziert sein sollte, denke ich mir, ist, dass unsere Produkte besser sind als die von Chessbase, was natürlich stimmt. Aber, natürlich, ähm, auch Chessbase DVDs haben ihre Daseinsberechtigung. Und, äh, die, unsere Freunde aus Hamburg, die bieten auch schon mal ganz guten Content an. Natürlich unerreicht, ähm, im Vergleich zu unserem Content. Und, unter anderem mit Vichy Annandt, mit Peters Wiedler. Ich weiß nicht, wie du das machst. Die ist subtil hier. Jan Gustafsson, Ilja Zaragatzky. Die kommen eigentlich nicht rein, aber die kommen rein. Huyi Phan, Schach-Weltmeisterin. Auch, zum Beispiel. Also, ähm... Max Meinhardt. Maximina, auch. Anna Endres. Auch, aber sie hat keine DVDs rausgebracht, auch keine Videoserien, sondern sich für unsere Schule als sehr nützlich erwiesen und da ein paar schöne Videos aufgenommen haben. Bist du zusammen mit Anna Endres irgendwie? Hm. Nein. Okay. Okay. Warum hast du dich nicht als Moderator bei Wetten, dass? beworben? Du bist hundertmal sympathischer als dieser Lanz. Ähm, Benni, danke für die Blumen. Ich habe mich bei Wetten, dass wir da geworben. Nein, ganz im Ernst, äh... Auch eine gewisse optische Ähnlichkeit, ne? Markus Lanz und du? Ja, ich könnte auch als gebürtiger Italiener durchgehen wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, warum alle Markus Lanz so bashen. Ich finde Markus Lanz persönlich zum Beispiel ziemlich gut. Ich finde, der macht das richtig gut. Ich bin kein Freund von Markus Lanz, ich muss dir ehrlich sagen. Ich verstehe das nicht. Er macht mich wahnsinnig häufig, wenn ich diese Talkshow angucke. Achso, das sind deine Fragen. Ausnahmsweise. Drei Fragen in dieser Show sind an mich gerichtet. Na gut, na gut. Sorry. Markus Lanz ist drauf. Nein, du kannst natürlich auch deine Kommentare loswerden. Aber ich verstehe nicht, warum alle Markus Lanz nicht so gut finden. Ich finde ihn super. Und tatsächlich habe ich sogar Angst, dass Markus Lanz sich bei Chess24 bewirbt und mir den Job wegnimmt. Also das ist eher so meine Befürchtung. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ihn abgelehnt. Macht ihr da keine Sorgen. Wie gesagt, dieser Lanz kommt uns nicht ins Haus. Wow. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich bin beruhigt. So, soll ich noch über Markus Lanz lästern? Ne, wir machen weiter. Er hat auch ziemlich viele Liegestütze. Das habe ich auch gesehen. Ne, das finde ich noch erträglich. Aber diese Talkshow macht er mich häufig doch ein bisschen wahnsinnig. Ne, ich könnte mir aber schon vorstellen, auch mit so einer Karte prominente Gäste zu befragen. So wie dich zum Beispiel. Mach's so, Coll. Ja. Aber ich habe leider keine Karteikärtchen. Okay, also danke lieber Schachspieler für deine Fragen. Auf jeden Fall sehr lustige Fragen. Und jetzt kommen wir wieder zu Bert950. Den hatten wir gerade schon. Macht aber nichts. Also Bert, DWZ1930 circa. Und das ist wieder an dich gerechnet offensichtlich. Ich hatte jetzt zwei Spiele, die für mich gut gelaufen sind und ich gute Chancen sah. Am Ende habe ich beide Partien gewonnen. Als ich nachher die Partien mit Fritz verglich, sah er jeweils meinen Gegner mit 0,5 und 0,7 leicht im Vorteil. Eine Ursache sehe ich darin, dass ich bei meiner Stellungsbewertung die Möglichkeit, dass mein Gegner Fehler macht, einkalkuliere. Außerdem fühle ich mich wohl, wenn ich Pläne habe oder zumindest Möglichkeiten sehe. Schwache Bauern des Gegners, Königsstellung. Fritz rechnet wahrscheinlich konkreter und hält Fehler des Gegners für nicht möglich. Soll ich meine Stellungsbewertung ändern oder wie geht das? Oder ist ein gewisser Optimismus für das Endergebnis nicht sogar vorteilhaft? Lieber Jan. Uh, kompliziertes Thema. Mein erster Punkt, ich weiß nicht welche Version von Fritz es ist, aber es gibt stärkere Engines da draußen, die gleich auch in der Stellungsbewertung verlässlicher sind. Insofern traue ich ihm auch nicht immer. Ich kenne jetzt die Stellung und die Partien nicht, von denen wir sprechen. Deshalb kann ich natürlich nicht sagen, ob Fritz da jetzt Recht hat oder Unrecht. Allgemein denke ich, ein gewisser Optimismus kann häufig vorteilhaft sein. Da gibt es sehr verschiedene Fälle, auch in der Weltspitze. Aronian, sehr optimistisch, hält seine Stellung immer für besser. Nakamura ist, glaube ich, auch recht optimistisch. Es gibt auch pessimistischere oder objektivere Naturen. Das halte ich nicht für schädlich. Was ich für ein bisschen gefährlich halte, ist es einzukalkulieren, dass der Gegner Fehler macht. Einerseits, wenn man sich verbessert, dann kommen diese Fehler vielleicht nicht mehr, weil die Gegner stärker werden. Und ich glaube, man gewöhnt sich dann auch nicht an objektiv, gar nicht unbedingt während der Partie zu sein, aber zu analysieren. Wenn man jetzt sagt, okay, hier stehe ich vielleicht nicht gut, aber mein Gegner könnte Fehler machen. Wobei, wenn ich Bert richtig verstanden habe, er sich ja auch objektiv für im Vorteil hielt oder die Stellung ihm gefiel. Und solange die Stellung dir gefällt nach bestem Wissen und Gewissen, ist ja alles gut. Insofern kann man da, sollte man sich da, glaube ich, keinen Fehler machen. Keinen Fehler machen, keinen Kopf machen. Und Spieltypen sind ja auch unterschiedlich. Also wenn du dich wohler fühlst, wenn du Pläne hast oder klare Pläne in ein bisschen strategischeren Stellungen, dann ist es völlig vernünftig, auch solche anzustreben. Und nicht andere, nur weil die Engine da jetzt sagt, plus 0,2, wenn sie in einer anderen Stellung, die dir aber besser liegt, minus 0,3 sagt. Also Stellungsbewertung ändern müsste ich die Stellung für sehen. Vielleicht hattest du ja auch recht. Gewisser Optimismus halte ich für eher vorteilhaft als nachteilig auf jeden Fall. Ich habe ja immer einen gewissen Pessimismus, was ich für ein Problem halte. Sehr gut. Weiter im Text. Kirschsaft hat zwei Fragen. Frage 1. Was tut ihr gegen die Aufregung bei einer wichtigen Schachpartie? Kirschwasser. Kennst du Kirschwasser? Ich kenne Wurstwasser. Kirschwasser, gab es früher mal einen Artikel über Kramnik. Kirschwasser am Brett ist irgendwelche starken Alkoholiker. Ich weiß nicht, aber es stimmt ja nicht. Fiel mir bei Kirschsaft nur ein. Nee, was tut man gegen die Aufrichtung bei... Ich kann nicht sprechen, ich bin so aufgeregt. Gegen die Aufregung bei einer wichtigen Schachpartie? Nix. Also die Aufregung, bei mir vergeht sie einigermaßen, wenn ich dann am Brett sitze und die Partie losgeht, weil dann hat man andere Probleme. Und ich hatte auch nie Probleme, nachts zu schlafen, egal wie wichtig die Schachpartie ist. Vormittags vor der Partie, beim Vorbereiten oder Einstimmen. Ja. Werde ich manchmal nervös, hat mir ja schon ein bisschen das Thema. Halte ich aber auch nicht nur für schädlich, weil es halt auch zu mehr Konzentration führt beim Vorbereiten. Die Frage so formuliert, als hätte ich hier auch die Berechtigung zu antworten. Ich bitte darum. Du hast immer die Berechtigung auch zu antworten. Von mir. Danke. Ja, ich glaube, wenn man aufgeregt ist während einer Partie, dann liegt das vielleicht auch daran, dass man zu sehr an das Ergebnis denkt und was der Ausgang dieser Partie dann bewirken könnte, zum Beispiel in einem Mannschaftskampf. Dem ist ganz einfach entgegenzuwirken, indem man sich einfach in die Stellung vertieft und wirklich nur an die Züge denkt und versucht die besten Züge zu finden und die Partie spielt und nicht so sehr auf alles sich konzentriert, was drum herum passiert. Das hattest du gerade ja auch schon angesprochen und das ist, glaube ich, auch einfach ein wertvoller Tipp. Ja, ich finde es gut, dass du die Fragen jetzt auch noch mit meinen alten Antworten nochmal. Ja. Ich habe das jetzt einfach mal frei heraus, kausal verwunden. Ja, das stimmt natürlich, ist andererseits aber auch wirklich eine hohe Kunst. Ich glaube, jeder versteht, dass es Sinn macht, nur an den nächsten Zug zu denken. Aber das wirklich zu tun, ist schwierig. Es gibt ja auch Studien darüber, worüber man wirklich jetzt nachdenkt während einer Schachpartie. Und wenn man zehn Prozent der Zeit jetzt wirklich über den nächsten Zug nachdenkt, ist, glaube ich, schon ganz gut. Dauern ja auch sehr lange. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass viele Schachspieler wirklich nervös sind beim Spielen von Partien. Es sei denn, Carlsen und Anand, wenn sie im WM-Match den nächsten Weltmeister ausspielen. Okay, zweite Frage. Kann man bei Chess24 ein Praktikum machen? Bestimmt. Was kannst du denn, Kirschsaft? Bist du Programmierer oder Model wie Ilja Zaragatzky? Aus welcher Ecke kommst du? Aber ernsthaft, schick uns was zu und wir gucken es uns an. Und grundsätzlich ist das durchaus möglich, klar. In Hamburg. In Hamburg. Sehr gut. So. Eine endlich mal kurze und knackige Frage von Fankit. Wie sieht die perfekte Vorbereitung auf einen bekannten Gegner aus? Kurz formuliert, aber natürlich offen formuliert zur gleichen Zeit. Ich gebe dir fünf Minuten zur Beantwortung der Frage, dann müssen wir uns weiter bewegen. Ja, fünf Minuten ist ja viel Zeit. Also es geht ein bisschen darum, die richtige Balance zu finden zwischen Arbeiten und Frischsein für die Partie. Das haben wir ja vorher schon mal ein bisschen das Thema. Also zu ernsteren Profizeiten war das Ziel eigentlich immer zwischen den Turnieren zu arbeiten und dann beim Turnier nur noch die Analysen aufzufrischen. Am Morgen, was dann meistens so ein, zwei Stunden dauert. Und wenn das klappt und man seine Hausaufgaben vorher gemacht hat, halte ich das für die perfekte Vorbereitung. Wenn wir vom Ergebnis sprechen, ist die perfekte Vorbereitung natürlich ohne einen eigenen Zug gemacht zu haben, die Partie zu gewinnen. Ist aber nicht so leicht. Ich habe es ein-, zweimal hingekriegt. Aber es wird immer schwieriger, je stärker die Computer werden. Ansonsten, ja, ich glaube die Mischung macht es. Also man guckt sich die Partien des Gegners an. Die meisten Leute haben da unterschiedliche Rezepte. Ich mache es häufig so, dass ich am Abend vorher gar nichts mache oder wenn nur die Partien des Gegners einmal kurz durchklicke und dann alles in den Morgen verlege. Es gibt auch sehr viele, die nachts arbeiten und dann tagsüber länger schlafen. Das ist, glaube ich, Geschmackssache und Biorhythmusfrage. Man guckt sich die Partien des Gegners an, guckt an, was er insbesondere in letzter Zeit gespielt hat, 2014, 2013 in diesem Fall. Was für Prioritäten ersetzt. Dann überlegt man sich, was mache ich normalerweise dagegen? Bin ich damit zufrieden? Erwartet er das von mir? Und wenn all diese Fragen mit Ja beantwortet werden, wird das kurz wiederholt und gespielt. Wenn es nicht so gut aussieht, dann muss man halt manchmal einen Plan B entwickeln und das kann manchmal hektisch werden. Aber das wäre ja auch nicht die perfekte Vorbereitung. Habe ich noch Zeit? Ich kann noch weitererzählen. Es ist ein bisschen gekommen, waren nur zwei knapp. Zwei Minuten, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Also Partien vom Gegner angucken, überlegen, was macht man dagegen, überlegen, was überlegt er sich gerade, möglichst Gegner überraschen, Partie gewinnen, zack. Wenn ich auch noch einen mehr oder minder wertvollen Beitrag versuchen könnte beizusteuern. Ich glaube, viele machen den Fehler bei der Vorbereitung, dass sie sich erst sehr spät entscheiden, was sie tatsächlich spielen. Zumindest, wenn sie mehrere Systeme zur Auswahl haben. Da geht sehr viel Zeit verloren und das hilft dann einem nicht. Und dann hilft es stattdessen aber häufig, sich einfach zu entscheiden für eine der beiden Optionen oder der drei Optionen, wie viel man auch immer haben mag. Und einfach darauf zu vertrauen, dass angesichts der Tatsache, dass man imperfekte Informationen hat zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung traf, dass man es nicht mehr bereuen sollte, diese Variante zu spielen nach der Partie, denn dann ist man ja schlauer. Sondern einfach darauf vertrauen, dass es die richtige Wahl war oder die bestmögliche in dem Moment. Und dann einfach all seine Energien da hineinzulenken und seine Zeit sich mit dieser Variante vorzubereiten. Da spart man viel Zeit, auch viele Nerven, viel Unsicherheit und kann dann all seine Aufmerksamkeit eben in diese Vorbereitung stecken. Ja, noch schlimmer ist es, sich umzuentscheiden, nachdem man zwei Stunden irgendeine Variante angeguckt hat und dann irgendeine Nebenvariante. Oje, blinkt dann der Computer auf. Ne, das ist nicht gut für mich. Und sich dann umzuentscheiden und dann entweder am Brett oder fünf Minuten vorher irgendwas anderes anzugucken, ist meistens keine so schlaue Idee. Man sollte sich auch immer klar machen, dass der Gegner nicht genau das Gleiche weiß, was ich gerade vorbereite. Da machen sich, glaube ich, viele auch zu verrückt, was das Wissen des Gegners angeht. Es gibt viele Spieler, die bereiten sich auch einfach gar nicht vor, weil sie genau wissen, dass wenn sie sich vorbereiten, sie die ganzen Löcher in ihrem Öffnungsrepertoire entdecken, dass sie dann verunsicher und sie dann mit einer schlechteren Einstellung in die Partie gehen und dann unsicherer spielen. Man muss aber auch hier natürlich dann bedenken, dass der Gegner genau dieselben Probleme hat und nicht in den Kopf von einem selbst gucken kann und das versuchen irgendwie auszublenden. Ich bin natürlich weit davon entfernt, das selber alles perfekt zu praktizieren, aber ich habe zumindest davon gehört, wie man es richtig machen sollte. Wer hat diese Geheimnisse verraten? Magnus Carlsen. Okay. Oh, Dr. Burki. Dr. Burki, dein persönlicher Freund, fragt. Hallo Jan, was sind die letzten, sagen wir, fünf Schachbücher, die du gelesen, gekauft hast oder braucht man als GM keine mehr? Da gehen die Meinungen auch auseinander. Ich habe ja zwei weitere von diesen Q&As gerade gemacht als Moderator. Eins war mit Peter Swidler, der gesagt hat, er liest seit langer Zeit gar keine Schachbücher mehr. Noch extremer war es mit Paco Vallejo, der gesagt hat, er hat in seinem Leben überhaupt nur zehn Schachbücher gelesen. Ich habe in letzter Zeit auch wenige gelesen, aber hauptsächlich, weil ich nicht die Zeit hatte und mich auch nicht mehr so als Schachprofi verstehe, ich fand es immer nützlich. Also einerseits fand ich es interessant und selbst für Eröffnungen gibt es viele ausgezeichnete Bücher, denen man jetzt nicht blind vertrauen sollte, aber die wenigstens Anregungen geben können. Und ich war immer relativ aktiv den Schachbuchmarkt verfolgt, mir Rezensionen durchgelesen und mir gekauft, was mich dann interessiert hat. Die letzten, die ich gelesen habe, ich überlege es gerade, ich vermute die Kasparov Bücher habe ich auf jeden Fall gelesen, kaufe sie auch nach wie vor, die My Great Predecessors und die autobiografischen Sachen. Was habe ich noch gelesen? Ich lese wenig Schachbücher im Moment tatsächlich, muss ich gestehen. Halte es aber für sinnvoll, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe oder mehr Schach, werde ich mir auch neue Schachbücher kaufen. Also seit zwei, drei, vier Jahren, muss ich gestehen, bin ich ein bisschen raus. Beschränkt sich das auf Eröffnungsbücher oder hast du auch andere Bücher in letzter Zeit gelesen? Nicht Schachbücher lese ich viele, aber... Nee, nee, ja, lass dich nicht unterbrechen. Nee, Schachbücher beschränkt sich nicht auf Eröffnungsbücher, sondern habe ich wirklich seit langer Zeit gar keine neuen angeschafft, ich überlege es gerade. Nee. Aber ist schade, ich sollte wieder mehr lesen. Aber ich habe so, um den anderen Teil der Frage zu beantworten, die, na nach dem besten fragt er gar nicht, ich habe wahnsinnig viele Schachbücher gelesen. Okay, was sind die nächsten Videoprojekte für Chess24? Eine Art Vorschau wäre toll. Ist Slavisch Abtausch für Weiß eine Idee? Ist definitiv eine Idee. Ist auch schon in Arbeit wäre übertrieben, in Planung. Ich klicke ein bisschen in meinen Dateien hin und her und versuche die zu organisieren, um ein paar neue Ideen zu finden. Slavisch Abtausch wird kommen. Ansonsten, was kann man noch versprechen? Ich habe auch noch diese Drachengeschichte, aber ob die noch das Licht der Welt erblicken wird und wann, bin ich nicht ganz sicher. Ich habe dieses erstes D4-Projekt, da ist Slavisch Abtausch auf jeden Fall eine Geschichte. Es gibt auch ein paar Nicht-Eröffnungsprojekte, die noch nicht völlig spruchreif sind, weil eigentlich kenne ich mich nur mit Eröffnung aus im Schach. Sonst, Endspiele, Schachpsychologie. Nee, stimmt nicht, aber ist das Image, was ich immer hatte. Das stimmt. Slavischer Abtausch, Deal, kommt noch dieses Jahr. Okay, sonstige nächste Videoprojekte für Chess24? Ich nehme an, dass er Videoserien meint, nicht so sehr... Ah, er meint nicht meine, sondern allgemein vielleicht. Ja, allgemein, oder vielleicht meint er auch solche Sachen wie Geschwätzblitz oder Beratungsblitz, solche Formate vielleicht auch, was als nächstes kommentiert wird bei uns. Kannst du ja mal eine kleine Vorschau geben, wenn du eine hast. Habe ich eine Vorschau. Als nächstes steht anders Petrosyan Memorial, soweit ich weiß, ein super Turnier in Russland, hieß früher Tal Memorial. Kein anderer als unser Freund Peter Swigler wird englische Kommentare machen. Natürlich ist auch The Voice of Chess, Laurence Trent dabei. Ich werde mich vielleicht auch einklinken, vielleicht auch nicht. Wir schauen einmal. Dann gibt es natürlich die Schach-Weltmeisterschaft, das alles dominierende Thema. Kann ich insbesondere die von Ilja Zagatzky organisierte deutsche Show sehr empfehlen, wo ich auch zu Gast sein werde. Venterblitz, ich nehme alle Challenges an nach dem, ja, ich möchte jetzt nicht sagen triumphalen, aber sagen wir mal sehr, sehr deutlichen an allen Fronten. Sieg gegen Niklas Huschenbeet. Geht es jetzt natürlich auf, nach neuen Herausforderungen zu suchen. Ist auf jeden Fall ein Format, das mir sehr viel Spaß macht. Was gibt es noch? Es sind immer einige Sachen im Hintergrund, in Planung, aber noch nicht alles so spruchreif. Also das ist erstmal das für die nächsten Wochen und Monate. Wochen. Okay, damit wäre auch diese Frage beantwortet und als letzte Frage von Schachfreund Dr. Boki oder Dr. Boki. Ich möchte mich da nicht festlegen. Nee, Dr. Boki würde ich schon nennen. Oder The Boki. Der Boki. Nee, Dr. Dr. Boki. Die Marshall-DVDs bei einem Konkurrenten, den er nicht aussprechen möchte, sind legendär. Das Beste, was über Schach auf Video aufgenommen wurde. Zusammen mit Spiedler-Serie. Bei einem Konkurrenten? Das stimmt, das stimmt. Ich habe für einen Konkurrenten mit grünem Punkt, laut Schachspieler, ein paar DVDs aufgenommen. Dankeschön. Also keine Frage, sondern ein Kompliment. Das nehmen wir auch. Und noch eine anschließende Frage von Dr. Boki. Und ist es moralisch vertretbar, einen Gegner beim Benta-Blitz in Verluststellung über die Zeit zu drücken? Das würde ich mit einem klaren Ja beantworten. Zeit gehört dazu im Blitz. Zeit ist eine Figur, sagt man gleich. Geld, sagt man. Achso, okay. Von Geld kann man sich Figuren kaufen. Ja, im Internet braucht man sich ja keine Figuren kaufen. Ja, aber wenn man zu Hause welche braucht. Dann kann man sich von Zeit welche kaufen. Ja, von Zeit, die man in Geld transformiert und dann. Aber man kann auch anders Schachfiguren sich besorgen. Du hast ja VWL studiert, also wie man Zeit in Geld transformiert, musst du mir nochmal in Ruhe erklären dann eines Tages. Ich habe von einem Fall gehört, wo ein Schachfreund jedes Mal beim Vereinsabend eine andere Figur hat mitgehen lassen und nach 32 Vereinsabenden hatte er einen gesamten Satz beisammen. Warum hat er nicht einfach einmal einen gesamten Satz mitgehen lassen? Das wäre auch schneller gegangen. Das wäre doch auffällig gewesen. Weiß ich nicht. Ist doch nerviger, wenn du dann am Ende 32 inkomplette Sätze hast, als wenn einer fehlt. Finde ich nicht sehr sozial. Wir wollen das auf jeden Fall nicht empfehlen. Also ja, das halte ich für moralisch nicht vertretbar. Dr. Boki über die Zeit zu heben beim Benta Blitz. Gerade beim Benta Blitz, wo es natürlich auch ein bisschen meine Pflicht ist, die Zuschauer zu unterhalten, wenn ich sonst als fairer Sportsmann lange aufgegeben hätte, halte ich für moralisch. Nicht nur vertretbar, sondern nötig. Notwendig. Passt. Ah, endlich, endlich in meinem Leben werden mal Fangfragen beantwortet. Ah, Fanfragen. Bei Fangfragen bin ich mal ganz vorsichtig. Geht schon los. Geht schon los. Also Schacho, auch einer unserer sehr aktiven User hier. Also, erstens, Niklas hat in seiner Best Games Serie, die du als alter Fame-Grabber, schönes Wort, garantiert angesehen hast, ein Spiel gegen dich angegeben. Das war sehr spannend. Er ging auf sehr intensive Art und Weise auf seine Art der Vorbereitung und in den Kommentaren zum YouTube Video auch darauf ein, wie seine Körperspannung in den entscheidenden Zügen war. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dir da ging, hast du gemerkt, dass du in eine Vorbereitung gelaufen bist? Ich finde deine Züge danach immer noch recht stark. Vielen lieben Dank. Ich habe das Wort Fame-Grabber gegoogelt, keine Treffer. Frame-Grabber gab es einiges. Sagt mir nichts. Nein, ich habe Niklas Videos zu den Partien der Partie gegen mich natürlich nicht studiert, weil ich nicht die Meinung teile, dass man aus Niederlagen stärker wird und dazulernen, sondern ich versuche dir eher zu verdrängen und nie wieder drüber zu sprechen. Schacho spricht natürlich von der Partie, die Niklas Horschenbild gegen mich bei der Deutschen Einzelmeisterschaft 2011 gewonnen hat, im großen Stil, wo er mich ausvorbereitet hat, im Evans-Gambit. Und Niklas, der ja auch sehr aktiver YouTuber ist, hat das natürlich auch ausgeschlachtet in seiner Sammlung seiner Mesterpartie. Das ist sein gutes Recht, war auch eine sehr schöne Partie. Wie habe ich mich gefühlt? Nicht gut, ist fast das schlimmste Gefühl, gerade für Eröffnungstheoretiker wie mich, wenn man in der Eröffnung in was reinrennt und merkt, oh je, jetzt spiele ich gegen einen Computer in einer hochkomplizierten Stellung und habe keine Ahnung. Das Gefühl vergeht dann relativ schnell, weil man halt anfängt zu rechnen und versucht, eine Lösung zu finden. Aber in der Partie war es relativ bitter. Ich habe eine Dreiviertelstunde, glaube ich, überlegt, dann einen Zug gemacht, von dem ich hoffte, dass er ihn nicht vorbereitet hatte, was auch stimmte. Aber die Stellung war schon schlecht genug, dass es kein Halten mehr gab. Insofern hat er mich da einfach gut erwischt, was auf der Seite des Vorbereiteten ein sehr schönes Gefühl ist. Das hatte ich auch ein paar Mal. Dann läuft man durch die Gegend, guckt an, wie sein Gegner rechnet und leidet. An meine Körperspannung kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich vermute, ich saß einfach so da. Also sie war wahrscheinlich besser als während einer Sendung, wo ich eher so zurückgelehnt bin. Das bin ich am Schachbrett selten. Aber ich kann weder an meine noch an Niklas Körperspannung mich genau entsinnen während der Partie. Aber schöne Partie von ihm und auch schöner YouTube-Channel von ihm, auf dem es, glaube ich, auch unter anderem das Match im Benterblitz zu sehen gibt. Und Gustavsson Huschenbeet ein bisschen aktueller als diese Partie, die jetzt seit vier Jahren vermarktet. Nein, Quatsch. Alles gut mit Niklas und er hat wirklich eine sehr starke Partie da gespielt. Und zu deiner Ehrenrettung muss man auch noch sagen, dass du nicht nur beide Partien gewonnen hast in diesem Benterblitz-Match, sondern eine davon... Sondern auch die Dame eingestellt. Ja, auch die Dame eingestellt, aber eine davon sogar im Evans-Gambit in einer sehr ähnlichen Variante. Das stimmt. Auf jeden Fall sehr gute Videos, habe ich mir angeschaut. Das freut mich. Okay, die Frage wäre auch beantwortet und damit geht's zurück zu Schacho. Schon wieder Schacho? Eins. Manche können auch nicht genug von mir kriegen. Ah, ich habe das schon im Vorfeld beantwortet, weil ich die Frage schon gelesen hatte. Ich dachte, das hätte ich schon. Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Körperhaltung war, deine Reaktion? Körperhaltung weiß ich nicht mehr. Ich weiß, dass ich sehr lange gebrütet habe an einer Stelle, an der es aber leider schon zu spät war. Aber meine Reaktion? Ja, man spielt halt weiter und ist nicht glücklich. Analysiert dann und fertig. Aber es ist kein schönes Gefühl, überrascht zu werden. Und von einer neuen Idee, wo man dann weiß, der Gegner hat mich erwischt. Ich bin in der Vorbereitung und lauf jetzt hier wahrscheinlich in Computergeschichten. Das passiert mir oder ist mir zum Glück relativ selten passiert, aber wenn, ist es unschön. Okay, aber es geht ja weiter und zwar im nächsten Satz und daran anschließend. Du hast jetzt hier eine Nimm-zu-Serie veröffentlicht, die ich, da ich E4 spiele, bislang nur auf Löcher geprüft habe, aber nicht vollständig angeschaut habe. Wird das dein Vorgehen ändern? Ein motivierter, nominell leicht schlechterer Gegner könnte sich doch darauf vorbereiten, änderst du jetzt dein Repertoire zum Beispiel in Bundesliga-Partien. Das ist in der Tat ein Faktor, den man immer in Betracht ziehen muss. Wobei ich glaube, dass mein Repertoire gerade mit weiß eigentlich flexibel genug ist, dass ich sowieso meistens auf den Gegner anpasse. Das habe ich ja auch in meiner D4-Serie erläutert. Und jetzt nicht in jeder Partie dieses Dame-C2-Nimm-zu-Enderspiele und der Variante-Folge, weil da natürlich ein Gegner sich dann wirklich genau darauf vorbereiten könnte. Macht mir keine Sorgen, ich werde die Variante mit Sicherheit auch noch hin und wieder anbringen. Und ich hoffe natürlich, dass jeder Mensch auf der Welt die Videoserien geguckt hat, aber ich vermute, dass dem noch nicht der Fall ist. Aber natürlich ist es ein Faktor, den man im Hinterkopf behalten muss. Darüber habe ich was veröffentlicht, könnte er das gesehen haben und bin ich sicher genug, dass es was taugt oder will ich das nicht. Gerade bei Weiß-Repertoires, weil machen wir uns nichts vor, sage ich ja auch in der Serie selber. Wenn der Schwarzspieler gut vorbereitet ist und alle Tricks kennt, Schach geht meistens Remis aus, egal wie teuflisch das Weiß-Repertoire ist. Deshalb muss man sich das natürlich überlegen. Gegen Schachrohr zum Beispiel wäre ich jetzt nicht mehr spielen können, die schöne Variante. Ich habe mir was Neues überlegt. Also, als sei das nicht schon Handicap genug, dass du dein Repertoire veröffentlicht hast, jetzt hast du auch noch erklärt, wie du gedenkst, damit umzugehen. Vielleicht habe ich auch gelogen. Ich spiele einfach immer weiter den Kram und die Leute überraten sich. Du lügst nicht, du lügst nie. Auf jeden Fall werden dir die Zuschauer sehr dankbar sein für deinen schachlichen Seelenstrip. Gut, die nächste Frage und zweitens. Wenn dich Niklas schon auf Kollegah, Fahrradbang und Co. einstimmt, hat er dich auch auf SSIO eingestimmt? Das ist mir kein Begriff. Den einzigen Rapper, den ich noch ernst nehmen kann. Und ich glaube, wir haben den deutschen Hip-Hop zur gleichen Zeit genossen. SSIO war mir auch kein Begriff, muss ich gestehen. Musste ich tatsächlich googeln. Ich habe mir jetzt zwei Sachen angehört heute. Ich fand es nicht schlecht. Muss allerdings ein bisschen genauer noch reingucken. Ansonsten, ja, komme ich auch her. Eher ein Kind der 90er Jahre aus Hamburg mit absolutem Beginner. Semi-Deluxe. 1, 2, die Generation. Und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Die neue Hip-Hop-Welt mit den ganzen Beefs und gegenseitigen Beleidigungen. Und wer hat gerade Krieg mit dem? Hat Bushido gerade Krieg mit Flair oder mit K1? Oder ist er jetzt mit Sido wieder gut? Aber die Leute machen auch nur ihren Job und vermarkten sich damit. Die YouTube-Klicks holen sie auf jeden Fall. Und das ist ja auch interessant, selbst für mich auf meine alten Tage noch. Ein bisschen dieser Soap-Opera zu folgen. Hat Farid Bang jetzt gerade, keine Ahnung wen, gedisst. Oder hat Kollegah Probleme mit Last Unlimited. Das sind eigentlich fast die größeren Storylines als die Musik heutzutage. Ich mag Kollegahs Texte, ich mag den Flow nicht so. Aber Kollegah ist für mich trotzdem jemand, den ich bewundere wegen seiner Schreiberfähigkeiten und auch seiner Marketing-Fähigkeiten. Also auf jeden Fall sehr viel Respekt vor Kollegah. Ansonsten habe ich nicht so viel gefunden in der neuen deutschen Rap-Landschaft, was mir was gab. Also ob die Leute dich jetzt mehr oder weniger bewundern werden, weil du Kollegah bewunderst, das lassen wir mal offen. Kollegah ist ein hochintelligenter junger Mann. Er hat sich halt sein Image geschaffen als Zuhälter-Rapper, was natürlich Quatsch ist. Aber er weiß schon sehr genau, was er da tut. Okay, vielleicht sollte ich mir das auch mal anhören. Und er hat auch sehr intelligente Vergleiche. Zum Beispiel Blei fressen wie chinesische Babys. Ja. Das ist sehr clever, weil Brei, aber Vorurteile Chinesen können Brei nicht aussprechen, sondern sagen Blei. Das ist schon brillant, komm. Das stimmt. Okay, also Daumen hoch von Jan für Kollegah. Vermutlich kommen noch weitere Fragen, wenn ich dich und Ilja... Oh, danke. ...fantastisch zusammen weiter zusehe. Zur Einlaufmusik auf der ersten Frage. Ähm, Ante Up. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, im Moment würde ich eher zu Monster turnieren von Kanye, aber Ante Up ist die andere Antwort. Vielleicht auch, weil das ein bisschen was mit Poker zu tun hat. Ne, ich glaube, MOP haben nicht so viel mit Poker zu tun. Ante? Ist doch ein Begriff aus dem Pokern. Ja, ja, Ante Up auch, dass man sein Ante auf den Tisch legt. Ich glaube, der Titel war anders gemeint, aber vielleicht auch. Das heißt, die Stakes erhöhen. Ja, das heißt im Prinzip, ja. Womit wir wieder bei einem Pokerbegriff werden. Okay, nächste Frage wieder von Großmeisterin 2024, Annemarie Münch. Hallo Jan, noch eine Frage an dich. Machst du nächstes Jahr wieder beim Mannschaftssimultan in Baden-Waden mit? Das war doch gerade, oder? Ich war vor... Wann war ich da? Ein paar Monaten, ne? Ja, aber da kann sich jemand nicht erwarten. Nächstes Jahr bin ich wieder am Start. Sehr gut. So, und damit auch schon weiter zum nächsten User, Peter St. Das war eine der Schachfragen, die du, glaube ich, ans Ende packen wolltest, um das Schachquartier. Sehr gut, auf Peter St kommen wir noch zurück. Und dann geht es weiter zu Just One Guitar. Ein Schachspieler, wie man es nicht vermuten würde. Ich würde ja auf Sänger tippen, aber Just One Guitar möchte wissen, hallo Jan und Ilja. Während viele Großmeister über 90% ihres Trainings mit Eröffnungen verbringen, wird Anfängern oft empfohlen, unter 10% der Trainingszeiteröffnungen zu trainieren, weil der Ausgang der Eröffnung hier noch nicht so eine große Rolle spielt. Welchen Anteil an Eröffnungen beim Training würdet ihr Spielern zwischen 2 zu 1, 2, 3 Edo empfehlen? Und wie ist dieser Anteil bei euch? Danke für die Fragestunde und vielen Grüßen. Bei mir war der Anteil immer recht hoch. Mein allererstes Schachbuch war Kasparovs Schacheröffnung und ich hatte der Bereich immer interessiert. Das Arbeiten an Eröffnungen, Ideen finden, verifizieren, auch einfach lernen, was hier gespielt wird. Prozentzahlen tue ich mir sehr schwer mit. Ich glaube allgemein, wenn man sich mit Schach beschäftigt, kann man kaum was falsch machen und wird dabei besser werden. Und fast egal, ob man jetzt Eröffnung trainiert oder Taktiktraining macht oder seine eigenen Partien analysiert oder ja nur viel spielen reicht nicht. Man sollte schon ein bisschen was drum herum machen oder Bücher von Schachweltmeistern liest und sich mit den Klassikern beschäftigt. Ich glaube, da gibt es keine Faustformel. Bei mir war der Eröffnungsanteil immer recht hoch, was Training angeht. Aber ich habe natürlich auch sehr viel gespielt, ganz einfach und dann drüber nachgedacht. Konkreter, welchen Anteil an Eröffnung würdet ihr Spielern zwischen 2-2 und 2-3 Elo empfehlen? Ist dieser Anteil bei euch? Wie gesagt, Prozentzahlen tue ich mir schwierig. Man könnte jetzt sagen, tue ich mir schwierig, ich kann auch echt kein Deutsch. Tue ich mir schwer mit. Ich habe sehr viel deutschen Gangster-Rap gehört. So tue ich mir schwierig, tue ich mir schwierig. Echt noch gut dabei. Was wichtig ist, glaube ich, den Kopf einzuschalten. Das war immer mein großes Problem. Man kann sich selber verkaufen als Eröffnungsarbeit, während ich jetzt irgendwie faul die Maustaste drücke und gucke, was Houdini oder Stockfish zu sagen hat zu einer Stellung und das dann danach speichere oder auch nicht speichere. Das bringt einen, glaube ich, nicht groß voran. Man produziert halt irgendwelche Files in der Hinstellung, die man meist nicht nützt. Aber wirklich selber nachzudenken hin und wieder, dann ist auch Eröffnungstraining, weil da trainiert man ja auch alles bei. Also verschiedene Stellungstypen. Manchmal ist es eine taktische Eröffnung, in der es dann um Rechner geht. Manchmal ist es eine strategische, in der es um die dahinter liegenden Pläne geht. Ich kenne eigentlich nur den Minoritätsangriff, aber den dafür auch sehr gut. Also für mich war Eröffnung immer ein relativ ganzheitlicher Ansatz. Auch gefallen mir die Mittelspielstellungen, die daraus entstehen. Ich könnte jetzt irgendwas sagen. 50% Eröffnung, 20% Analyse eigener Partien, 20% Taktiktraining, 10% Fitness. Keine Ahnung. Ich glaube, den Weg muss jeder für sich selber finden. Ich stimme zu. Die meisten Großmeister machen, glaube ich, zu viele Eröffnungen und haben dann Schwächen im Variantenberechnen, in Endspielen und so weiter. Aber Eröffnungen sind halt auch sehr, sehr wichtig, weil man sie in jeder Partie aufs Bett kriegt. Ich nehme mir mal wieder die Freiheit, auch ganz kurz auf diese Frage einzugehen. Sie geht auch an dich, an euch, bei euch. Ja, ich glaube, das kommt auch sehr auf die Spielstärke an. Vor allem für Anfänger oder durchschnittliche Vereinsspieler sei es doch durchaus empfohlen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen als mit der Eröffnung, weil da doch Defizite in anderen Bereichen noch bestehen. Wenn man erstmal ein super Großmeister ist und alles andere gut kann, dann ist es durchaus auch wichtig, öffnungstechnisch immer auf dem Laufenden zu bleiben. Aber eben mit Eröffnungen sich zu beschäftigen, heißt nicht unbedingt mit Houdini seine Varianten durchzugehen, sondern vielleicht auch mit irgendwelchen befreundeten Schachspielern mal eine Stellung zu analysieren zusammen, damit man einfach auch ein Gefühl bekommt für die Stellung, die dann da herauskommen. Denn was man zuhause auf dem Computer hat und was man dann in der Partie spielt, das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Was ist denn das? Ich versuche immer das zu spielen, was ich zuhause auf dem Computer habe. Wahrscheinlich hättest du sonst zwei Sieben. Also es passiert zum Beispiel häufig, dass man eine Stellung bekommt, wo Houdini sagt, gleich der Vorteil. Ist aber eine ganz wilde Stellung und jeder Fehler entscheidet. Man selbst ist aber ja ein ruhiger Spieler und mag keine taktischen Gemetzel. Das würde ich zum Beispiel dann nicht empfehlen. Also solche Gedanken sollten auch einfließen. Das muss man ganz stark trennen, dieses Computer sagt 0,07 ist keine Eröffnungsarbeit. Es ist am Ende des Tages doch ein Spiel zwischen Menschen und Faktoren einzuschätzen, die dann eine Rolle spielen während der Partie, aber nicht so sehr, wo man nicht so sehr drauf kommt bei der Vorbereitung, wie dann zum Beispiel, ob das dem Spielstil entspricht, ob man schon Erfahrung hat mit solchen Stellungstypen und so weiter. Das sind wichtige Dinge, die man auch bedenken sollte und nicht allein auf die Einschätzung des Computers zu achten. Es gibt zum Beispiel auch Stellungstypen, da sagt der Computer ausgeglichen in allen Varianten 0,00, aber tatsächlich gibt es noch eine ganze Menge Möglichkeit Fehler zu machen. Houdini sagt eigentlich immer 0,00, aber das hilft hier halt auch nicht mehr so viel weiter. Und die sehr starken Großmeister wissen das auch und versuchen solche Lücken auch beim Gegner aufzuspüren. Im Allgemeinen zum Beispiel die russische Schachschule, die fängt ja hinten an beim Schachspielen. Du bist mit zwei Jahren ausgewandert aus Russland, oder wie viel russische Schachschule? Ich bin mit sieben ausgewandert, hatte ein Jahr russische Schachschule. Deswegen kann ich mit Recht davon erzählen, wie Anfänger das Spiel lernen, nämlich, nachdem sie die Regeln gelernt haben, Endspiele, dann Mittelspiel und dann Eröffnung. Also einmal rückwärts. Und das wird in anderen Ländern, sobald ich weiß, nicht gemacht. Und es ist ja doch so, dass russische Spieler meistens ein sehr hohes Positionsverständnis haben. Ob aufgrund dessen oder irgendwelche anderen Faktoren, sei dahingestellt, ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat. Und Endspiele sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig und sollten nicht unterschätzt werden, vor allem für Anfänger und aber auch für Spieler zwischen 2, 2 und 2, 3. Aber trotzdem, Eröffnungen sind auch wichtig. Endspiele müssen wir noch kurz darauf eingehen, weil das wird häufig gepredigt. Ich gebe dir recht und das war auch bei mir nicht anders natürlich. Nachdem man die Regeln gelernt hat, lernt man, wie setze ich mit einer Dame matt, wie setze ich mit zwei Türmen matt, wie setze ich mit einem Turm matt, dann ein bisschen später, wie setze ich mit zwei Läufern matt, wie setze ich mit Läufer-Springer matt. Weil Läufer-Springer schon sehr kompliziert ist, wie wir wissen. Das halte ich auch für Basics. Ich halte aber die Anzahl von Endspiel-Basics, die man wissen muss, für nicht so riesig, selbst um ein sehr starker Spieler zu werden. Also ich würde die Grenze so ziehen bei Turmentspielen. Ist gut, wenn man die Filidor-Stellung kennt. Vielleicht noch die Lucena-Stellung, aber Filidor reicht eigentlich schon. Und alles andere kann man sich, glaube ich, sehr, sehr verrennen, so im Lernen von technischen Endspielen. Ich halte es für nicht so wichtig, einerseits glaube ich nicht, dass so Turmentspielwissen dir jetzt wirklich Schachverständnis beibringt, was dir jetzt hilft, im Mittelspiel besser zu spielen. Andererseits kommt es nicht jede Partie aufs Brett, die Eröffnung aber schon. Also ich glaube, diese Endspiele, gerade als leicht fortgeschrittener Spieler, muss man sich nicht so verrückt machen, wie man denkt, oh je, ich vergesse ständig wie dieses, was gibt es da für Blödsinn, Turm und Haarbauer gegen Läufer, wie man das gewinnt. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe es mir 17 Mal angeguckt und immer rein, raus. Ich habe zum Beispiel auch keine Ahnung, wie man Läufer, falscher Läufer und Randbauern gewinnt. Das ist ja nur Quatsch, das ist Remi. Achso, ne. Ne, Läufer springen ja nicht sehr stark. Ja, das habe ich noch nicht. Wie dem auch sei, meine übliche Endspiel-Tirade. Ich glaube, mit ein paar Endspiel-Basics ist man gut dabei. Es nützt natürlich einfach viel zu spielen und Erfahrung zu sammeln. Das beste Endspiel-Buch, was ich jemals gelesen habe, für mich war Endgame Strategy, auch russische Schachschule von einem Herrn Scherischewski, was einem aber nicht technische Endspiele beibringt, sondern eher so, ja, wenn du einen Plan hast im Endspiel, lass dir Zeit, do not hurry, wiederhol einmal die Stellung, um den Gegner zu nerven. Solche Sachen. Also das war für mich eine Erleuchtung, aber nicht Torment-Spiele A- und H-Bauer, welche Stellung sind Remi und welche sind gewonnen. Es macht natürlich auch keinen Spaß, solche trockenen Endspiele, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da komplett zustimme. Also ich glaube doch durchaus, dass es unterschätzt wird. Oder zumindest, dass die Leute sich nicht genug mit Endspielen befassen, aber das macht ja nichts, dass wir da nicht... Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, solange wir bei Kirby Enthusiasm uns einig sind, ist der Rest ja auch. Und es sei noch bemerkt, dass es zwar in jeder Partie eine Eröffnung gibt, aber eben nicht die gleiche und es gibt sehr, sehr viele Eröffnungen und Eröffnungsvarianten. Deswegen, also allein die Möglichkeit der ersten acht Züge... Ich möchte jetzt keine, mich auf einer Zahl festlegen, aber da gibt es natürlich schon bereits sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Zehn hoch. Ja, die Stellung nach G4, F5, H4, A5, H5, H6 habe ich jetzt auch nicht lange analysiert. Neulich haben wir noch die Stellung analysiert nach A4, E5, A5, D5, Turmach 4, Läufer D7, A6, Läufer schlägt A4. Und deswegen, ja, okay, also alles wichtig eigentlich. Solange man sich mit Schach beschäftigt, daran arbeitet, wird man wahrscheinlich auch besser. Als nächstes haben wir Blitzspieler. Wie oft trainiert ihr beide noch im Schach und wenn ja, was? Ich muss zu meiner Schande gestehen, im Moment relativ selten. Wenn ich am Schach arbeite, dann ist entweder für Chess24, für eine Serie oder einen Artikel, wo ich eine Partie kommentiere. Oder wenn ich tatsächlich selber spiele, was im Moment nicht so viel ist. Thailand Open jedes Jahr und Bundesliga war so mein Turnierprogramm die letzten zwei Jahre. Wenn ich da trainiere, dann bereite ich mich auf die Gegner vor und versuche, was zu tun. Also ist ein bisschen wenig und mir fehlt auch ein bisschen aus der alten Zeit so die Trainingslager, die man damals gemacht hat oder ich viel gemacht habe mit meinen alten Freunden, bei denen man dann auch viel Blödsinn macht und viel rumhängt, aber sich doch viel über Schach unterhält, zwischendurch Blitzpartien spielt, zu bestimmten Varianten, die ihn interessieren und so weiter. Das war immer mein Hauptansatz, um um Schach zu arbeiten. Zu zweit ist es immer leichter. Ich habe mich dann mit Smets getroffen oder mit Nilsen oder mit wem ich so gearbeitet habe. Und wir haben eine Woche rumgehangen, meistens viel Computer gespielt, aber auch ein bisschen Schach gemacht nebenbei. Häufig gucken dann beide auf ihrem Laptop sich irgendwas an, dann diskutiert man es, analysiert ein bisschen am Brett, spielt ein bisschen Blitz dazu. Wenn wir motiviert waren, haben wir uns gegenseitig noch Taktikaufgaben gegeben irgendwann am Ende des Tages. Ich fand es immer leichter zu zweit zu trainieren. Ich hatte nie einen klassischen Trainer, aber dann als Großmeister eigentlich fast immer Trainingspartner, mit denen ich mich ausgetauscht habe und hin und wieder getroffen habe. Ja, bei mir sieht das ganz ähnlich aus. Ich mache leider auch nicht mehr so viel Schach, mangels Zeit. Wenn, dann während eines Turniers oder vor oder nach einer Partie in der Liga. Ansonsten komme ich leider nicht mehr dazu. Aber was ich glaube noch relativ wichtig ist, dass man ab und zu ein bisschen Taktiktraining macht. Und da versuche ich mir noch die Zeit zu nehmen. Das mache ich natürlich auch auf Chess24. Ja. Ab und zu. Also, unsere Taktik-App ist gar nicht so schlecht. Das ist ein Werbefachmann vor dem Herrn. Ne, ganz ehrlich. Ne, ich benutze sie auch tatsächlich. Die ist gar nicht so schlecht. Am besten finde ich sie aber zum Bullet spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass man im Internet mit dem Smartphone Bullet spielen kann, mit Primof und so weiter. Das geht einigermaßen. Ich habe es damit auf über 2.6 geschafft, indem ich mir auch ein paar Punkte hier und da ergaunert habe. Aber es geht. Also, die App ist offensichtlich super. Und da sind auch die Taktik-Aufgaben drin. Kann man aber auch aus dem Browser heraus starten. Also, wir haben beide nicht mehr so viel Zeit, um Schach zu trainieren. Aber wir machen es, wenn es notwendig ist. KTU, ein Mensch, den du vielleicht auch persönlich kennst. Das ist mein geschätzter Mitbewohner. Ich wohne ja im wunderschönen Gibraltar. Und auf meiner alten Tage bin ich erst mit KTU und inzwischen auch mit KTUs Gemahlin an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Arne und Jun zusammengezogen. Das heißt, ich wohne mit einem verheirateten Pärchen in Gibraltar. KTU hat viele, viele Talente und ich denke, auf einige wird er hier in den Fragen auch eingehen. Ich hatte nicht gedacht, dass es mir gefällt, in einer WG zu wohnen, gerade mit einem verheirateten Pärchen. Aber es eigentlich hat auch viele Vorteile. Ich habe davor, ich weiß nicht wie lange, 15 Jahre wahrscheinlich immer allein gewohnt. Und es hat auch wirklich sehr viele Vorteile, Mario Kart einer davon, Gesellschaft zu haben ab und zu. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant eure Wohngewohnheiten. Kommen wir jetzt mal zu der Frage. Also, Arne Gewert möchte wissen, angenommen Huye Fun wäre deine Mitbewohnerin und hätte die Mario Kart Fähigkeiten deines aktuellen Mitbewohners. Damit will er sagen, er ist mir im Mario Kart überlegen. Achso, er meint sich selbst. Ihr würdet ebenfalls ungefähr 30 Cups pro Monat gegeneinander fahren. Würdest du dann härter an deinem MK-Spiel arbeiten, Mario Kart, weil ihr durch Schach psychologisch in stärkerem Konkurrenz zueinander steht? Ähm, okay, es ist ja natürlich eigentlich Thinly Veiled Brack, heißt es glaube ich in seiner Pokersprache, ein schlecht verstecktes Prahlen seiner Überlegenheit im Mario Kart halber. Ähm, wahrscheinlich, wenn es nicht nur Huye Fun, sondern irgendjemand wäre, mit dem ich auch im Schach in einer Art Wettbewerbsverhältnis stehen würde, würde es mich glaube ich mehr nerven, im Mario Kart unterlegen zu sein. Während ich so Arne natürlich auch so ein bisschen seinen Space lassen muss im Schach, ist ja, ist jetzt nicht so spannend mit ihm zu spielen und wenn ich ihm dann auch noch im Mario Kart über wäre, dann wäre das natürlich auch psychologisch für ihn belastend, denke ich. Aber ich denke tatsächlich, würde ich mit Huye Fun zusammenwohnen, sie würde mich im Mario Kart vernichten, würde ich härter an meinem Spiel arbeiten. Huye Fun, denke ich deswegen, weil du ja lange Zeit ein persönliches Battle gegen sie hattest, ob sie wusste davon oder nicht. Ich berute eher nicht. Ihr hattet lange Zeit eine sehr ähnliche Elo-Zahl, bis sie dich dann abgelöst hat und du nicht mehr die zweitbeste Frau der Welt gewesen wärst mit deiner Elo-Zahl. Inzwischen sind diese Tage aber vorbei, ich glaube Huye Fun inzwischen 2,670, du inaktiv, also da liegen welche. Statt 4 bei meinen, was hab ich, 36, ne, der Abschein ist groß, Arne natürlich großer, KTU natürlich sehr großer Huye Fun-Fan. Nächste Frage, warum konnten Mathematiker jede Menge coole Erkenntnisse zum Pokern beisteuern, aber es gibt fast keine mathematischen und in der Praxis anwendbaren Theoreme im Schach, wenn wir von den AIs verwendeten Heuristiken absehen? AI ist wahrscheinlich, Artificial Intelligence, ziemlich sicher. Oder vielleicht sollte das Ali heißen, Adis. Ne, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, was Heuristiken heißt, er weiß auch, dass ich immer abschalte, sobald es um Mathematik geht. Ich weiß, was Heuristiken heißt. Sehr gut, sehr gut. Aber ich verhalte es für mich. Er macht es mit Heu wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich glaube Schach ist eher ein Ding, wo Brute Force hilft, sprich brutale Rechenpower als jetzt mathematisch anwendbare Theoreme. Ich hatte mit Mathe nie so viel am Hut Mangels Interesses und hatte nie den Eindruck, dass das im Schach jetzt eine enge Verwandtschaft hätte. Also, Bruckern ist natürlich was völlig anderes, weil man sich sehr konkret für jede Hand die Erwartungen ausrechnen kann. Und je tiefer, je besser man sich mathematischer auskennt, desto erfolgreicher kann man sein. Im Schach habe ich das nie als Defizit empfunden. Und warum Mathematiker keine coolen Erkenntnisse haben? Ja, ich denke eher, weil es nicht so leicht ist, welche zum Schach beizustrahlen, außer eben tief zu rechnen. Und das können Computer besser als wir. Okay. Was sind jetzt die ersten drei ganz konkreten Follow-Ups, wenn man einen Kleidungsstil entwickelt möchte, der einigermaßen seriös und nerdy ist? Seriös und nerdy. Interessant auf jeden Fall, dass KTU keine Fragezeichen benutzt, sondern... Das sind alles Statements von ihm eigentlich. Also erstmal, ich bin besser in Mario Kart, dann ich bin besser in Mathe und jetzt ich bin besser gekleidet. Nee, er hat natürlich mitgekriegt, dass ich in der Zeit sehr besessen bin von meiner neuen Krawattensammlung. Und ich ein bisschen umgestellt habe von meinen alten Gangster-Klamotten, Baggy-Pants und lustigen T-Shirts auf. Jetzt ein sehr seriöses, erwachsenes Auftreten. Was sind die ersten drei ganz konkreten Follow-Ups, wenn man einen Kleidungsstil entwickeln möchte, der einigermaßen seriös und nerdy ist? Ich habe keine Ahnung. Im Moment beschäftige ich mich viel mit Klamotten, aber da bin ich noch überfragt. Auch eine Möglichkeit, eine Frage zu beantworten? Jan weiß es nicht. Obwohl ich dich als allwissend eingeführt habe. Ja, eigentlich wäre ich auch allwissend. Ich möchte ihm noch nicht zu sehr helfen, dass ich halt auch wenigstens besser gekleidet bleibe, als er, wenn ich schon in Mario Kart und mathematisch weit hinten bin. Das ist einleuchtend. Was ist eigentlich dein aktueller Desktop-Hintergrund und was die allgemeine Strategie, einen auszuwählen? Ich habe mir auch nie eine Sekunde darüber Gedanken gemacht. Ich habe so einen Windows-Standard-Desktop-Hintergrund, der schon voreingestellt war, glaube ich. Und was ist die allgemeine Strategie, einen auszuwählen? Das ist meine Strategie. Sie ist sehr zeitsparend. Einfach nichts zu machen. Okay, und die letzte Frage von KTU. Du bist zu einem Kneipenabend mit Terry Tau verabredet. Über was würdest du dich mit ihm unterhalten wollen? Punkt. Terry Tau ist, ich glaube, ein berühmter Mathematiker, der jüngste Doktor aller Zeiten, wo manchmal Szenen einer Wohngemeinschaft laufen bei uns im Wohnzimmer. Ist der Asiate zufällig? S-Asiate, glaube ich. Mathematiker sind meistens. Aber ich glaube, US-Asiate. Ja. Wie eben auch sei, manchmal komme ich nach einem harten Arbeitstag müde nach Hause, möchte mich auf die Couch fallen lassen, noch ein bisschen Parks and Recreation gucken oder so. Und es läuft ein YouTube-Video von Terry Tau über Primzahlen. Das sind dann halt so die Schattenseiten des WG-Lebens. Ich befürchte, ich hätte... Ich wusste jetzt nicht, worüber ich mit Terry Tau reden sollte. Ich weiß wirklich nicht. Er ist wahrscheinlich einer der schlauesten Menschen der Welt. Ja, ich habe ja keinen Plan von Zorn. Also, ich bin spachlos. Ich bin spachlos. Genau so anschweigen wie wir beide uns jetzt gerade. Und es würde ganz viele Orgut-Poses sein. Aber okay, man kann das ja... Hi Terry, I'm Jan. Alkoholisch. How are you doing? So you're good with numbers? Yeah, I'm a chess grandmaster. No, I'm not a strong one. Ja, das wäre ein spannendes Gespräch. Okay. Es bleiben noch drei Fragen und die Schachfragen. Wobei ich glaube, der letzte User ist kein Premium-Mitglied. So werden wir diese Frage noch überspringen können. Kommen wir aber zunächst zur Frage von Goblin. Hi Jan, was spielst du jetzt gegen 1. E4? Je nachdem Niklas nachgewiesen hat, dass E5 ein Verlustzug ist. Und gibt es daher ein Fix-Back zu deiner DVD? Ich sag ja, das Huschenbeet-Marketing ist brutal. Um diese Variante zu fixen, lieber Goblin, statt Springer D5, Springer nach C6, alles ist gut bei Schwarz. Also Niklas, das wusste er natürlich auch damals schon, war sehr gut vorbereitet, aber das heißt häufig nicht objektiv, dass man eine Variante widerlegt hat, sondern dass man den Gegner für eine Partie in eine ausweglose Situation bringt, aus der er nicht entrinnen kann. Und das hat er gemacht. Also das Fix-Back ist Springer nach C6, statt Springer nach D5. Du musst weiter vorlesen, ich kann nichts sehen. Also. Und ist Nigel Short eigentlich der einzige Profi, der das Unentschieden in der Packstellung abschaffen will? Es ist doch eigentlich logisch, dass man gewonnen hat, wenn man den gegnerischen König dazu zwingt, sich ins Schwert des Gegners zu stürzen. Dieses Adelprivileg der Unantastbarkeit hätte die russische Schachschule schon nach der Oktoberrevolution beseitigen müssen. Oh, das klingt kompliziert. Ja, ich finde auch, dass es logisch wäre. Ich finde nicht, dass es nötig wäre. Ich finde, Schach geht es im Moment ganz gut. Auch nach wie vor ist das Spiel nicht gelöst oder langweilig geworden. Und ich denke nicht, dass es Zeit ist für eine so radikale Revolution. Wenn man einen Putt abschafft, ist ja die Einschätzung jedes Endspiels völlig unterschiedlich. Die Remisbreite viel, viel niedriger, weil es ja häufig die schwächere Seite sich ins Putt retten würde, was dann eigentlich ausgespielt wird. Oder heute wurde es, glaube ich, ausgespielt in Nakamura gegen Giri zum Beispiel, wenn ein Bauer bis nach E7 es schafft und den gegnerischen König Putt setzt. Ich weiß nicht. Ich finde, es hat eine gewisse Logik, wenn man den Gegner, wie gesagt, in eine ausweglose Situation gebracht hat, dass er nicht entringen kann, dass man dann auch gewinnt. Und ich finde es nicht nötig. Ich finde das klassische Schach spannend genug und würde die Diskussion noch so 20, 30 Jahre vertagen. Und es gibt hier auch sehr, sehr schöne Putt-Motive, sehr ästhetische. Darüber haben wir auch sogar, glaube ich mal, den einen oder anderen Artikel gebracht. Die besten sieben Schach-Motive, irgendwas in der Richtung, der sehr lesenswert ist. Ich fand, da waren einige sehr, sehr schöne Motive dabei. Hast du geschrieben wahrscheinlich? Ich habe ihn nicht geschrieben. Aber ich habe ihn mit Freude gelesen und sehr genossen. Und ich finde, Putt sollte wirklich nicht abgeschafft werden. Dann wäre ja zum Beispiel König und Bauer gegen König immer gewonnen. Das sage ich auch. Die ganze Schach-Theorie müsste umgeschrieben werden. Marshall wäre wahrscheinlich keine so gute Eröffnung mehr. Diese ganzen Endspiele, 4 gegen 3, nicht mehr so leicht haltbar. Das ginge nicht. Und eine letzte Frage von Let's Beast. Hallo Jan, vielleicht noch eine Frage von mir, die Schach thematisiert. Es gibt ja die bekannte, nach Bobby Fischer benannte Schach-Version. Wenn es einen Gustavsson-Schach gäbe, was wäre die Besonderheit daran? Ich würde die Partie nach 20 Zügen abbrechen und von einer End-Gen bewerten lassen. Ich denke, das ist der für mich vorteilhafteste Modus, wenn man Endspielen und diesem ganzen Quatsch aus dem Weg gehen kann. Geht schneller. Es geht eigentlich nur noch um Eröffnungs-Battles. Ja, es wäre eine gute Version. Und das ist auch ein gutes Stichwort, um überzuleiten zu den letzten zwei Fragen, die wir jetzt angehen wollten, nämlich reine Schachfragen. Der User Ramatula Uzbekistan UZB ist leider kein Premium-User. Da müssen wir weiter leider knallhart sein. Und jetzt kommen wir zu den inhaltlichen Fragen. Da war zum einen Peter Stöger. Peter Stöger ist der Trainer vom 1. FC Köln. Hallo Jan, du hast ja in deiner ausgezeichneten Marschall-DVD unter anderem sehr detailliert den Marschall-Angriff mit Turm E4 und Dame F1 dargestellt. Nach Turm E4 vielen Zügen analysierst du Läufer D2 mit dem Ergebnis Good for Black. Was empfiehlst du gegen den 21. A4? Und du hast da was vorbereitet und würdest das gerne zeigen. Würde ich das. Ich kann die Frage auch erstmal... Springen wir immer hin. Ich beantworte die Frage schon mal. Ich meine, dass es auch 21. A4 in meinen beiliegenden Analysen damals schon auftauchte. Und in dem Fall können wir uns relativ einfach machen, weil Leko gegen So... Ne, So gegen Leko war es, glaube ich, die Partie, die nachgespielt wurde, ein völlig korrektes Spiel war von beiden Seiten. Also 21. A4 führt ziemlich forciert zum Remivis. Natürlich schade ist aber aus öffnungstheoretischer Sicht kein großes Problem für Schwarz. Wenn ich hier in meiner Pfeil rumwühle... Wie soll ich denn hier was finden? Ne, machen wir uns mal nichts vor. Das sind schon wahnsinnig tiefe Analysen. Wir klicken einfach mal weiter. Also 21. A4 aus theoretischer Sicht ist keine Bedrohung. Ich meine, ich hätte es damals auch schon in den Analysen drin gehabt. Aber immer schön einen Marshall-Fan anzutreffen, der sich auch... Ich kritisiere immer ein bisschen in diesen Q&As in meinem jetzt nicht so, weil die Leute verstanden haben, dass ich davon nichts verstehe. Aber in den anderen von Zwidler und Vallejo waren eigentlich keine konkreten Schachfragen, aber bestimmt 20 Mal die Frage, wie verbessere ich mich im Schach oder wie komme ich von 1900 auf 2000? Und die Antwort ist eigentlich, sich mit Schach zu beschäftigen und dann eben auch diese konkreten Fragen zu stellen. Also sei es diese oder jeder andere, es müssen auch keine Eröffnungsfragen sein. Aber das wäre auch meine Empfehlung. Also wirklich einfach überlegen und sich Varianten angucken oder sich ehemals angucken und dann werden Fragen auftauchen. Insofern finde ich das wunderbar. Ich glaube A4, das hier ist die Variante. Ich tue jetzt so, als würde ich verstehen, was auf dem Brett passiert. Läufer H3 ist der korrekte Zug. Dame E2, dann Läufer F5, jetzt wo die Dame in die E-Linie gelockt wurde. Sprenger C5 ist kritisch, geschah auch in dieser Partie. Und der Zug Turm AE8 und Schwarz hat keinerlei Probleme. In der Partie folgte Dame schlägt E8. Nach Turm schlägt E8, Turm schlägt E8. Nach König F7 kam jetzt, glaube ich, Turm E1. Kann ich jetzt Hümer? Ja, nein. Nee, nicht ganz. Turm E1 kam. Darauf kommt F schlägt G, H schlägt G, Läufer schlägt G3, F schlägt G, Dame H3 mit forciertem Remis. Meine Variante in meiner uralten Datei hier war eigentlich die gleiche Idee mit dem Turm auf A8 statt auf E1. Weiß muss aufpassen, dass er sich noch ins Dauerschach retten kann. Schwarz hat hier nichts zu befürchten. Insofern A4 kein Problem. Eine wichtige Variante war noch statt, Dame schlägt E8, der Zug Dame nach D2. Darauf spielt Schwarz F schlägt G. Und nach F schlägt G oder auch H schlägt G kam relativ mächtig Springer nach F4. Ich glaube, selbst Läufer F4 funktionierte. Typische Marshall-Tricksereien. Figuren sind aktiv. Häufig protestiert der Computer am Anfang, aber sieht dann doch schnell ein, dass Schwarz hier genug Spiel hat. Insofern 21. A4 ist keinerlei theoretische Bedrohung, wie ja auch die Partie, glaube ich, gezeigt hat, die dann bei mir ausging. Und du wirst diese Analyse als PGM zum Download anbieten? Ne, ich hoffe, wir haben das hier nicht veröffentlicht, sondern das ist ja nur internes Showmaterial. Ich klicke mal auf PGM, was passiert. Neues Feature gleich, dass man jetzt Kram runterladen kann. Jetzt ist es runtergeladen. Ja, funktioniert. Also ich sehe schon viele User auf die Seite, auf unsere Seite gehen und nach dieser Datei suchen. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Jan will diese Datei nicht rausrücken. Ich habe schon alle Geheimnisse hier gerade ausgebreitet. Alles für unsere Premium-Nutzer. 2000 Jahre hast du das mit Peter Leko analysiert. Marshall habe ich auch viel mit ihm gemacht, aber auch viel alleine gemacht. Also was ich veröffentlicht habe, weil ich ja natürlich auch jetzt nicht ausverkauft von Lekos Geschichten betreiben wollte, waren schon meist Geschichten, die ich schon vorher hatte oder selber herausgefunden habe. Aber ja, auch Leko natürlich großer Marshall-Spezialist. Das Problem war und ist auch immer noch, die meisten Leute gehen ja nicht in die Hauptvarianten auf dem Niveau, weil Marshall eben hält, sondern spielen diese gemeinen Züge wie sechstens D3. Und damit hatte ich und auch er immer mehr zu kämpfen als mit dem Marshall selber. Also da mussten wir uns dann gar nicht so viel mit beschäftigen, als wir am analysieren waren, weil wir uns da recht einig waren. Okay, wir hoffen, Peter St., das hat deine Frage beantwortet. Und jetzt haben wir noch eine Schachfrage. Wo war die nochmal genau anzusetzen? Irgendjemand wollte irgendwas über Königs in der Schwester. Wer war das? Und wo? Hier. Ah, da, Clash, genau. Nee, nee, das ist es. Hier geht es nur um deine Jugendsünde. Nee, nee, nee. Die war ganz... Okay, da hast du auch was vorbereitet. Natürlich auch was vorbereitet. Dann zeig uns dem John Doe. Wollen wir erst mal entschuldigen. Nimmst du noch? Ich bin jetzt seit fünf Tagen in Hamburg. Ich war vorher kerngesund, kam aus der Sonne, alles bestens. Und jetzt schon in der wahrscheinlich letzten Phase einer brutalen Grippe. D schlägt E5. Eine relativ unbekannte Variante, die ich früher viel gespielt habe. Verzögerte Abtauschvariante. Ist nicht ganz ohne Gift. Ich habe aufgehört, sie zu spielen aus verschiedenen Gründen. Allerseits war der Überraschungseffekt weg. Hatten wir ja vorher schon ein bisschen das Thema. Wenn die Leute es erwarten, ist es nicht mehr so spannend. Andererseits gibt es auch zwei konkrete Sachen, die mich nach... Das eine ist nach D schlägt E, der Zug, den die Leute meistens spielen. Läufer G5. Der Zug Springer nach D4. Der unter anderem von Robin van Kampen in seiner ausgezeichneten, muss ich leider eingestehen, Königs-Indisch-Repertoire-Serie auf Englisch für Chess24 empfohlen wurde. Gegen den hatte ich noch nie wirklich was in petto. Und ich halte ihn auch für relativ stark. Nach Springer schlägt E5, Springer E6. Sieht komisch aus, dass es funktioniert, weil schwarzen Bauern spuckt. Aber es funktioniert leider, wie das heutzutage so ist mit den bösen Computern. Schlägt, Schlägt, Springer schlägt E4. Und schwarz gleicht aus. Das war immer eine Sorge. Die andere Sorge, die ich immer hatte, war der Zug Springer schlägt E5. Gegen den ich nie irgendwas Sinnvolles gefunden habe. Wird relativ selten gespielt. Aber wenn Weiß jetzt tauschen würde, dann nach D schlägt E, kann Schwarz C6 spielen. Ist relativ witzlos. Und die Züge, die so probiert wurden, wie Springer nach D4 oder Läufer nach F4, überzeugen mich alle nicht wirklich. Weil hier, denke ich, steht Schwarz schon sehr bequem. Und Läufer F4 schlägt Läufer E6. Habe ich auch keinen wirklichen Vorteil entdecken können. Aber das sind die beiden Gründe, warum ich die Variante ad acta gelegt habe und auch nicht plane, zu ihr zurückzukehren. Allgemein ist auch kein Geheimnis. Tue ich mir schwer mit Königsinnisch. Ich habe nie eine Variante gefunden, die mir wirklich liegt dagegen. In der Hauptvariante dieses siebtens Läufer E3, was ich viel gespielt habe, habe ich auch relativ viele Niederlagen einstecken müssen. Der Stellungstyp liegt mir einfach nicht so wirklich. Zuletzt habe ich häufiger mit G3 gespielt. Ich glaube, das ist ein Setup, was mir eher liegt, wo ich aber auch noch nicht so viel Erfahrung habe. Ich weiß nicht, die Suche bleibt, ist ein Problem, was, glaube ich, relativ viele so strategische D4-Spieler hatten. Dass sie sich nicht auf diese Wettrennen einlassen wollen, wo man Gefahr läuft, matt zu gehen, aber auch sonst keine wirklich schöne Variante gegen Königsinnisch findet. Ist auf jeden Fall ein Problem, was ich meine ganze Karriere mit mir rumschleppe. Da haben wir so viele wertvolle Ratschläge in Sachen Öffnungsvorbereitung gegeben. Und jetzt sitzen wir hier und du weißt nichts gegen Königsinnisch. Nein, ich weiß viel über und gegen Königsinnisch, aber das ist trotzdem die Variante, wo ich meine schlechtesten Ergebnisse habe, weil es, glaube ich, stilistisch mir nicht so gut liegt. Es ist sehr schwer, was ich mit weiß gerne versuche, da eine kontrollierte Offensive zu organisieren. Vielleicht solltest du in diesem Fall einfach anfangen, selbst mit Schwarz-Königsinnisch zu spielen. Denn meine, die Eröffnung, wo ich nicht so gerne gegen gespielt habe, früher, als ich noch eh viel gespielt habe, war französisch. Und deswegen? Nein, das wäre ein Desaster mit Schwarz, würde es mir noch weniger liegen, weil ich immer gerne positionell gesunde Stellungen habe und Königsinnisch eher doch so ein bisschen komisch aussieht, positionell und man sich dann auf dynamisches Gegenspiel verlässt. Nee, ist nichts für mich. Und mit weiß habe ich den Kampf nicht aufgegeben. Ich habe alles Mögliche dagegen gespielt. Aber ich habe definitiv mehr Partien im Königsinnah verloren, als in einer Eröffnung. Also, liebe Zuschauer, wer demnächst einmal in den Genuss kommt, gegen Jan Geschwätzblitz zu spielen, spielt Königsinnisch. Bring it! Spielt Königsinnisch mit beiden Farben, das ist ein Kryptonit. Und dann wird er vielleicht auch mal seine erste Geschwätzblitzpartie verlieren. Wäre ich noch umgeschlagen? Ich glaube. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die allererste, die du gespielt hast, hast du eine Figur weniger, aber hast du auf Zeit gewonnen. Hast du vielleicht einen Remi abgegeben? Das kann sein. Ich glaube, Remi war es gegen... Das kann sein, ja. Hieß der? Schweinehund oder so? Nee, das war ein anderer Name. Aber weil er gegen dich was geholt hat, musst du ihn jetzt nicht beschimpfen. Nee, 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 ist auch nicht. Ich versuche mich ehrlich an den Namen zu erinnern. Ich stand aufgabereif, habe dann aber wie üblich unsportlich auf Zeit gespielt, glaube ich, und vielleicht noch ein Remi erreicht. Hieß er, Schweinehund? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Jans Achillesferse, Königsinnisch. Damit werden wir auch schon... Und Psychologie. Und Endspiele. Wir haben eigentlich nur über meine Schwächen gesprochen. Ja, und doch gar nicht über deine Stärken, was da wäre zum Beispiel alle anderen Eröffnungen. Ja, gut. Also, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen durch und hoffen, dass Jan sie zu eurer Zufriedenheit beantworten konnte. Ich gehe davon aus. Ja, ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen und habt einige wertvolle Antworten bekommen. Jan, hast du noch irgendeinen Schlussappell an unsere Zuschauer? Was ist unser neuer Slogan? Keep calm and play chess oder so? Nein, es war mir wie immer eine Freude. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, es hat was genutzt. Das war's. Dankeschön. Ja, also danke nochmal von euch, von mir an euch alle, die ihr die Fragen gestellt habt auch. Und wir sehen uns demnächst vielleicht bei einer anderen Fragestunde, zum Beispiel mit Maximilian Meinhardt. Wann machen wir das? Ilja Zaragatzky Q&A. Das ist doch die große Frage. Mir macht es auch mehr Spaß, glaube ich, wenn du Fragen beantwortest und ich so rumtrollen zu müssen. Meinst du, die Leute interessiert, was ich zu sagen habe? Ich denke schon. Also nicht über Schach, aber sonst über viele Dinge ist, glaube ich, sehr interessant. Gott und die Welt. Ja, gerne. Ich bin zu allen Schandtaten bereit, wie immer. Auf jeden Fall am Montag gibt es erstmal eine Fragestunde mit IM Maximilian Meinhardt. Wer da noch keine Frage gestellt hat, sollte dies schleunigst tun, kann man auch auf unserer Seite finden, den Artikel dort wieder in den Kommentaren posten, eure Fragen zu Eröffnungen, zu Serien, zu allen Lebensbereichen eigentlich, denn wir sind ja alle allwissend bei Chess24. Also danke nochmal fürs Zuschauen und bis demnächst.